Ja, uns hat bisher noch nie jemand anders gewohnt. Dad redet viel mit dir. Er scheint dich zu mögen. Ich ihn auch. Oh nein. Hey, Joe, hast du Langeweile? Fahr doch mit uns nach Brockton. Nein, danke. Was denn, Schatz, liebst du mich nicht mehr? Ist schon in Ordnung. Hauptsache, diese Arschgeige hier weiß, dass du für mich jederzeit dein Höschen runterlässt. Es wird höchste Zeit, dass dir mal jemand Manieren beibringt. Du hast dich noch nicht vorgestellt. Wollen Sie uns bitte durchlassen? Ach, das geht nicht. Ich weiß ja immer noch nicht deinen Namen. Ballon. Zu spät. Du hast uns beleidigt. Das wollte ich nicht. Scheißegal, ob du es wolltest. Du hast uns beleidigt. Sonst noch jemand? Hat dir das Spaß gemacht? Nein. Dafür warst du aber nicht schlecht. Das ist nicht dasselbe. Wurde Zeit, dass er mal kriegt, was er verdient. Das war vielleicht mehr, als er verdient. Geht's deiner Hand wieder besser? Ja.